Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel und Siedlerfreunde zu die Siedler 6 Reich des Ostens. Ja, wir sind in Mission 6 Papastan, auch wenn wir es gerade nicht lesen können, aber hier steht Papastan. Und wir müssen immer noch den Dieb einschleusen, aber für den Dieb brauchen wir Geld. Wobei wir erstmal das Geld brauchen, um unser Lagerhaus zu vergrößern. Und ja, gucken, ob wir Gebäude haben, die wir noch ausbauen müssen. Nahrung stellt jedenfalls kein Problem gerade dar. Die Jagd wird auch nicht, die Jägerhütte sind ausgebaut, gut. Die hier auch. Wir haben keinerlei Schafe oder ähnliches. So, Lagerhaus ausbauen. Die Gerberei fertig ausbauen. Hallo, Elefanten. So, jetzt können wir Elias noch befördern. Ach nee, das ist nicht Elias, das ist ja Saraya, die wir in dieser Mission haben. Entschuldigung. Guck. Äh, okay. Wie ihr befehlt. So gut wie erledigt. Da nutzen wir jetzt erstmal unser Dieb für Erkundungen. Ja, unser Steinbruch hat bald keine Steine mehr. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob wir ihn schon einmal ausgegraben hatten oder nicht. So, holen wir mal Leute zur Messe. Also, da kriegen wir wenigstens etwas Gold. Der Tiger hat ehrlich Angst vor meinem Dieb. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Auf den Weg. Ein Steinbruch ist erschöpft. Gucken wir mal mit Saraya, ob wir den nochmal hochziehen können oder ob er zu teuer geworden ist. 500. Auf eurem Befehl. Jawohl. Nee. Heißt das Ding bitte ein. Wie ihr befehlt. Auf dem Weg. Okay, ich bin eigentlich nachher von euch scharf, wenn ich nur Wolle kaufe. Hm. Schade darum. Auf den Weg. Okay, du kommst nicht von dieser Seite dahin. Habe ich irgendwas verpasst gehabt? Egal. Lassen wir ihn mal laufen. Er weiß schon, wo er hin will. So, als nächstes können wir uns um Meed kümmern. Der Zugang zu Papa-Stand ist sehr stark für mich. Ach, da. Wie ihr befehlt. Wie ihr befehlt. Wie ihr wünscht. So gut wie erledigt. Bist du echtes Wahnsinn? Meine Güte. Aber ja, wir wollten uns um Monig kümmern. Dafür bietet sich eigentlich die Fläche hier unten ganz gut an. So, wie viel habe ich bis jetzt platziert? Sechs. Also noch zwei Stück. So. Dann warten wir erst mal, bis der Honig reinkommt. Auf dem Weg. Wie ihr wünscht. Auf der Stelle. Auf der Stelle. Auf der Stelle. Wenn du nicht sofort damit aufhörst, kriege ich einen Anfall. Ach, hier ist nur eine Mauer. Deswegen kommen wir da nicht rein. Okay. Okay. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ich dachte, das wäre eine Mauer mit Tor hier. Hm. So, da gebe ich mal ein Fest. Und ja, könnte zur Sicherheit der Apotheke errichten. So, hier am Hauptplatz. Wie ihr wünscht. Na, wie viel Frauen? Neun Frauen von 19. Also fast die Hälfte. So, da wurde ich guckt auch langsam. Auf der Stelle. Wie ihr befehlt. Und ja, Saraya könnten wir mal wieder schicken, um nach Ressourcen zu verlangen. Auf dem Weg. Wir kommen ja leider in keins der Dörfer rein. Außer Distanz hier unten. So gut wie erledigt. Unser Dieb wurde entdeckt. Natürlich. So gut wie erledigt. Sofort. Ihr habt eure Aufgabe erfüllt. Unser Dieb hat in Erfahrung gebracht, dass der Dorfälteste im Westen festgehalten wird. Der Dieb könnte für uns das Gefängnis über einen Weg nordwestlich von Prabatstern erreichen. Wie ihr wünscht. Die Regenzeit hat eingesetzt. Natürlich. Okay, wir haben Regenzeit. Wie ihr wünscht. Sofort. Da oben ist ein dunkler Tempel. Ein Getreidebauer hat kein Kornfest. Auf der Stelle. Natürlich. Sofort. So gut wie erledigt. Ich werde angegriffen. Verstanden. Das Reich von Hidun erhebt die Wunsch. Okay, toller Tribut. Natürlich. 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 Unser Dieb hat einen Gefängnisturm entdeckt. Aber dies ist nicht der Ort, an dem der Dorfälteste gefangen gehalten wird. Wir sollten die Insassen befreien. Denn Kanas Feinde sind unsere Freunde. So gut wie erledigt. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Mal sehen, wenn wir hier befreien. Wir haben eine Gruppe Schwertkämpfer befreit. Sie hatten von Prapats Angriffsplänen auf Thela erfahren und verweigerten ihm den Gehorsam. Sie wollen sich uns anschließen. Natürlich. Wie ihr wünscht. Ah, sieht fast so aus, als ob da der... Natürlich. Neben einer Steinmine wurde ein Katapult entdeckt. Dies ist eine gute Gelegenheit, um uns zu bewaffnen. Wir sollten es bemannen. Natürlich. Ja, damit können wir hier die Mauer durchbrechen. Das ist eine gute Idee. Auf dem Weg. Natürlich. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Jawohl. Natürlich. Auf der Stelle. Und ja, hier können wir gerade nicht weiter. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Auf der Stelle. Das Katapult wird uns gute Dienste leisten. Ja, das können wir erst beipacken. Der Pferd ist schneller. So, wir können die Apotheke weiter ausbauen, auch wenn die schon die Heilkräuter hat. Ja. 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 So, wir müssen da eh warten, bis die Regenzeit vorbei ist. Das Lagerhaus ist toll. Ah. Zu viel Holz im Lagerhaus, würde ich sagen. Also, wir müssen da, bis die Heilkräuter hinbekommen, bis die Heilkräuter hinbekommen, bis die Heilkräuter hinbekommen. Tonk. Unsere Munition ist verbraucht. Wir hätten sie nutzen sollen, um die Mauer, die den Weg zu unserem Stützpunkt versperrt, zu zerstören. Was? Haben wir doch. Wir haben versagt. Was? Okay. 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 Vielen Dank.